Mediashop präsentiert Belina Ear Stretch, die einzigartige, vollautomatisierte Stretch- und Massagematte, die Ihnen wohltuende Erleichterung in wenigen Minuten verschaffen kann. Belina Ear Stretch ist die beste Möglichkeit, jederzeit eine Auszeit vom Alltag zu nehmen und himmlisch zu entspannen. Auf Knopfdruck dient und stretcht Belina Ear Stretch sanft Ihren Oberkörper oder verschafft Ihnen eine wohltuende Massage für Ihre Schultern, den Rücken, Ihre Taille und Hüfte. Und das Beste, ganz ohne Anstrengung. Sie bewegen sich nicht, Sie werden bewegt. Belina Ear Stretch sorgt für tiefe Entspannung und ein unvergleichliches Lebensgefühl. Rollen Sie Belina Ear Stretch aus, finden Sie eine bequeme Liegeposition und wählen Sie am praktischen Handcontroller Ihr gewünschtes Programm. Wählen Sie Energize für ein belebendes Massageprogramm, das Ihre Muskeln und Gelenke im Oberkörper stimuliert und Ihren Körper revitalisiert. Wählen Sie Twist für ein professionelles Stretch- und Dehnprogramm. Ihr Körper wird an den neuralgischen Stellen sanft gedreht, um Verspannungen in den Hüften, Schultern oder auch im unteren Rücken zu lösen. Wählen Sie Stretch für ein intensives Streckprogramm. Die Muskulatur und das Bindegewebe im Oberkörper werden ausgiebig gedehnt. Oder wählen Sie Flow für eine angenehme fließende Massage. Ihr Körper wird ständig sanft bewegt. Am Ende dieses Programmes fühlen Sie sich beweglicher und viel elastischer. Mit Belina Ear Stretch erhalten Sie ein absolutes Wellness-Luxus-Produkt, das man mit Fug und Recht als weltweit einzigartig am Markt bezeichnen kann. Das Geheimnis ist die einzigartige Pneumatics Airflow-Technologie. Im Inneren von Belina Ear Stretch befindet sich ein elektrisches Pumpaggregat, fünf Reihen an Luftventilen und zehn Power-Luftkissen. Die Massage- und Dehnaktionen werden durch das ständige Kontrahieren und Bewegen der Power-Luftkissen erzeugt. Für jedes der vier Stretch- und Massageprogramme gibt es eine exakt vorgegebene Abfolge, wie sich die Luftkissen automatisch füllen, entleeren und bewegen. So wird garantiert, dass Sie zu Hause jedes einzelne Mal das perfekt abgestimmte Dehn- oder Massageprogramm genießen können. Ein weiteres Highlight? Belina Ear Stretch verfügt zusätzlich über eine zuschaltbare, integrierte Wärmefunktion. Sie kann Ihre Muskeln zusätzlich lockern und wirkt wohltuend auf Ihren Rücken ein. Belina Ear Stretch ist perfekt geeignet für Frauen und Männer jeden Alters- und für jeden Körperbau. Belina Ear Stretch wird Ihnen zu Hause auch niemals Platz wegnehmen, denn sie ist bequem zusammenrollbar und dann schließen Sie einfach den Reißverschluss. Belina Ear Stretch ist leicht und kompakt und dank der integrierten Trageriemen super bequem zu transportieren und zu verstauen. Belina Ear Stretch ist eine wahre Wohltat für Ihren Körper, wann immer Sie Auflockerung, Dehnung, Massage oder tiefe Entspannung brauchen.